Diesem Video lernen Sie das Akronym SMART kennen. Ziele sollen präzise formuliert und mit Kriterien messbar gemacht werden. Die SMART-Regel unterstützt dabei. SMART steht für Spezifik, auf Deutsch konkret. Ziele müssen eindeutig definiert sein, nicht vage, sondern sehr präzise. Measurable ist messbar auf Deutsch. Ziele müssen messbar sein, die Erreichung der Ziele muss gemessen werden können. Achievable, erreichbar, die Umsetzung der Ziele muss aufgrund der Fähigkeit des Mitarbeiters erreichbar sein. Result-oriented, ergebnisorientiert, es wird beschrieben, was erreicht werden soll und nicht das wie. Time-related, Termin gebunden. Ein genauer Zeitpunkt für die Zielerfüllung muss definiert sein. Somit haben wir die Abkürzung SMART. Ein Beispiel. Wir haben folgendes Ziel. Es sollen mehr Kunden bearbeitet werden. Wir schauen uns nun die einzelnen Punkte von SMART an. Zuerst zum Konkret. Dieses Ziel ist ungenau formuliert. Es ist nicht klar, in welchem Zusammenhang mehr Kunden bearbeitet werden sollen. Besser wäre, es sollen mehr Kundenanrufe im Callcenter bearbeitet werden können. Zum Punkt Messbar. Messwerte fehlen. Mehr ist nie eine gute Formulierung. Besser ist, konkrete Zahlen zu verwenden. Beispielsweise, es sollen 200 Kundenanrufe im Callcenter bearbeitet werden können. Die Erreichbarkeit. Das Ziel ist in diesem Beispiel ohne unterstützende Aktionen, z.B. durch IT, nicht erreichbar. Besser wäre, es sollen 200 Kundenanrufe im Callcenter mit Hilfe von neuen IT-Systemen bearbeitet werden können. Ergebnisorientiert. Das Was und nicht das Wie ist hier vorhanden, somit korrekt. Mit Hilfe von neuen IT-Systemen ist noch sehr neutral beschrieben. Somit können wir das als Was gelten lassen. Termingebunden. Eine Zeitkomponente fehlt. Besser wäre, es sollen ab dem dritten Quartal in diesem Jahr 200 Kundenanrufe im Callcenter mit Hilfe von neuen IT-Systemen bearbeitet werden können. Hier noch die Zusammenfassung. isn't nur betrentes. games game game Untertitelung des ZDF, 2020